Ja, und die liebe Frau Schniedermann, die war auch mit ihrem Mann in Spanien und die beiden haben da einen Stierkampf besucht und da hat sich folgendes abgespielt. Boah, wat viele Leute hier auf dem Sportplatz. Wie wenn bei uns Schalke spielt, ne? Und alle als Spanier verkleidet. Dit sind Spanier. Och, guck mal, wie im Film. Boah, jetzt kommt die Kuh. Oh, ne schwatte Kuh. Nicht so langweilig wie bei uns mit Glocke und so. Das ist mal ne richtig hübsche Kuh. Dat ist keine Kuh, dat ist ein Stier. Hör mal, wat rufen die da alle? Olé rufen die. Olé? Die Kuh heißt bestimmt Olé. Oh, der französische Name passt aber gut auf die Kuh, ne? Und wer kämpft hier nachher? Die Kuh. Äh, der Stier gegen Torero. Wat? Die Kuh muss hier gleich kämpfen? Gott, dat arme Rind. Gegen wen, sagst du? Gegen Torero. Ach, und wo ist das Tor? Nein, der Torero gibt nachher dem Stier den Todesstoß. Wat? Wir sind doch hier in einer Metzgerei. Die können das Tier doch nicht bei lebendigem Leibe tot machen. Ohne Betäubung und nix. Wat sagt denn der Bauer dazu? Welcher Bauer? Der Bauer, den die Kuh gehört. Dat ist keine Kuh. Ja, die hatte aber Hörner. Oder willst du sagen, dat ist ein Hirsch oder wat? Du bist doch doof. Oh, guck mal. Die hat vielleicht einen kleinen Euter. Reto, Mann. Zum Glück sprechen sie ja alle Spanisch. Sag mal, wer macht eigentlich die ganzen Pferdeäpfel hier weg, ne? Die arme Kuh kann ja ausrutschen. Der Ausländer hier. Oh, guck mal. Oh Gott. Jetzt, guck mal. Jetzt geht die Kuh gegen den Torwart. Uh. Hör mal, der Torwart wirft der Speere nach der Kuh. Hör mal, die machen die Kuh tot. Mach wat, Hans. Jetzt halt endlich deinen Mund, Mensch. Hör auf, die Leute gucken schon. Wat? Meinst du, dat stört mich? Stell dir mal vor, die würden meine Muschi übern Sportplatz setzen. Wirst du da auch so dumm rumgucken, Mensch? Geht's, mach wat, Hans. Reto, Mann. Aufhören. Freiheit. Hör mal, lass die Kuh los. Ich kann keine toten Tiere sehen. Geht's, mach wat, Hans. Lisbeth, guck mal. Jetzt geht die Kuh gegen Torero. Jetzt hat der Stier, oh Gott. Jetzt hat der Torero, jetzt hat der Stier, der Stier hat den Torero mittendurch gespießt. Oh, guck mal, die Kuh, die arme Kuh. Nix ist ihr passiert. Jetzt lacht sie, ganz glücklich. Applaus